Der verbotene Planet. Irgendwo da draußen im Weltall umkreist eine Zitrone eine Erbse? So heißt es jedenfalls in einigen Medienberichten, aber was genau steckt dahinter? Der Exoplanet TOI-5205b, alias verbotener Planet, befindet sich in etwa 410 Lichtjahren Entfernung zur Erde und umkreist dort seinen Stern. Der Planet wird als Gasriese eingestuft und ist entsprechend auch ungefähr so groß wie Jupiter, hat aber eine viel kürzere Umlaufzeit als dieser. Gerade einmal 3,4 Tage benötigt der Gasriese Umsennstern, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Distanz zwischen Planet und Stern relativ gering ist und hierbei somit eine Oberflächentemperatur von über 2000 Grad Celsius herrschen muss. Soweit eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber das, was die NASA zum Verzweifeln bringt, sind die Größenverhältnisse. Bisher hatte man noch nie zuvor einen derart großen Exoplaneten entdeckt, der so einen massearmen Zwergstern umkreist. Gemäß unseren derzeitigen Theorien zur Entstehung von Planeten dürfte dies bei der ersten Überlegung auch gar nicht möglich sein. Jedenfalls ist das bereits in Planung, diese Zitronenerbsenkonstellation mit dem James Webb Space Telescope noch näher zu untersuchen.